so freunde willkommen zum ersten tag des bonus booster turniers alle bonifingern angriffsmultiplikator hin zu 5 sterne und blau ist gesperrt wir werden aber bevor wir mit dem turnier anfangen einmal uns den neuen königreich helden ansehen und das ist zion shan yun so ungefähr zumindest irgendwie ein sehr verzerrten kiefer aber gut von mir aus paladin klasse deutet erst mal auf eventuell tank mäßig irgendwie was hin sei mal so oder die erste assoziation reisefamilie 50 prozent chance die dauer jedes statuseffekte in der held wirkt um eine runde zu verlängern bei einem held bis bei drei helden bis zu drei runden okay das ist nicht ganz so wichtig werte deuten auch ganz stark auf den tank hin wenn wir jetzt hier einfach mal so gucken na das ist halt schon ich weiß jetzt nicht ob es der richtig komplett der richtige weg ist aber das sind halt schon sehr 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 solide werte ne ja von mir aus ich weiß nicht warum das manchmal passiert kann da nichts für so lassen wir ihn erstmal so ein zorn des bergfürsten mittel okay mittel ist so dass das langsamste was man heutzutage mitnehmen sollte tatsächlich reduziert das maximale leben des ziels und gegner in der nähe also die die daneben stehen um 800 für über vier züge also 200 pro runde okay das maximale leben kann nicht unter 30 prozent des ursprünglichen lebens sein okay das kennen wir schon der wirker und nahe verbündete stellen 800 verstärktes leben für vier züge wieder her also 200 pro runde werden beim gegner abgezogen 200 pro runde kommen bei uns drauf das ziel und benachbarte gegner halten minus 24 prozent mana regeneration für vier züge und der wirker und benachbarte verbündete erhalten plus 24 mana regeneration für vier züge okay alles alles sehr simpel ja beim gegner wird 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 maximales leben abgezogen und mana regeneration minus mana regeneration bei uns wird verstärktes leben draufgepackt und plus mana regeneration ja also es ist definitiv supporter tank mäßig werte klasse passen da passen da gut zu ja er macht so an sich nichts ist halt nur ein bisschen nervig diese 800 leben die dann runtergehen das ist halt schon eine menge wenn wir jetzt einfach mal von ihm hier ausgehen sagen wir mal der ist jetzt einfach limit breakt dann hat er um die 1600 als beispiel sagen wir jetzt einfach mal und dann das 800 über vier züge ist die hälfte dann kann der halt eigentlich nur noch bis maximal 800 leben gehen so wenn man natürlich dann jemanden hat der verstärktes leben macht den brock esme ganz viele andere auch noch aramis zum beispiel fahrs ja also wir haben da einige kandidaten auch noch im fünf sterne bereich die ich nicht habe und deswegen auch nicht so gut kenne dann kann man das kontern aber so an sich ist es halt erstmal schwierig da davon weg zu kommen ich weiß ehrlich gesagt nicht ob er so geil ist also es ist kein must have hält die leute die aramis haben zum beispiel da würde ich sagen ne definitiv aramis behalten aber in der defensive ist er wenn dann nur nur als tank so als flanke ist das schon zu langsam mit mittlerem mana er muss in der defensive als tank stehen in der offensive kann er wirklich nur der supporter sein mit einem mit einem highlight zusammen da sehe ich das schon ganz ganz gut eigentlich um halt das leben beim gegner runter zu drosseln dass man dann halt wirklich gegebenenfalls mit einem mit einem starken sniper einfach dann da auch raushauen kann oder wenn ich jetzt zum beispiel an meinen aramis denke der jetzt doppelt gelimit bricht ist also so gut wie der macht wenn ich ihn zusammen mit einem mit dem hasen zum beispiel spiele denn die fans dauernd macht macht aramis 1100 schaden ja nehmen wir den defense da mal weg dann macht er so um die 900 irgendwas 800 900 dann kann der rein theoretisch wenn er hier ausgelöst hat und die dann halt wirklich nur noch so 800 bis 900 leben haben kann aramis drei leute theoretisch raus ballern mit glück also 800 leben runter ist schon schon enorm 800 verstärktes leben ist auch stark auch wenn es über zeit ist aber wenn das auf einmal wäre wäre es halt extrem extrem krass also er ist nicht schlecht definitiv nicht schlecht man kann ihn auch einsetzen aber er ist jetzt nicht der der game changer wie jetzt zum beispiel ein jove oder eine anne oder wie von mir ja gut aramis ist halt wieder so ein kandidat für sich der ist er ist sehr gut aber er ist kein kein game changer in dem sinne die die für mich game changer sind das sind die die auslösen und dann ist so gut wie jeder tod und das ist halt in dem fall bei anne und bei jove zum beispiel der fall je nach bei anderen natürlich je nachdem wie viel leben die noch da hatten und so aber wenn jove zu ballert dann kommst du da ganz ganz schwer bei raus ne so ein kaliber ist er nicht aber er ist an sich ganz gut titan nein würde ich jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen außer vielleicht nur um das leben zu erhöhen und vielleicht ein auto tech mehr einzustecken aber dafür ihn mitnehmen nein eher nicht defensive offensive hatten wir events natürlich auch nicht weil er keinen schaden macht ist solide aber ist jetzt keiner wo ich jetzt sagen würde den dem muss ich unbedingt haben also von daher habe ich beim letzten mal hier auch gar nicht gekriegt den typen ja ich werde auch dieses mal hier keinen kriegen weil ich nicht beschwören werde auch wenn wenn ich ihn gerne hätte wenn ich ihn gerne hätte wenn ich sie gerne hätte wenn ich ihn gerne hätte die 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 liste ist lang ja also ich hab ich щобhin ich hab ihn ich mich nicht habiin ich hab ihn ihn sie hab in ja bin ja ja ich habe alle drei und vier sterne bis auf ihn hier so dann geht es los habe ich nicht habe ich nicht immer abitz nicht habe ich nicht habe ich zweimal traurigerweise, den schlechtesten den schlechtesten habe ich ja zweimal habe ich nicht, habe ich nicht habe ich nicht, habe ich nicht hätte ich auch sehr gerne, habe ich nicht habe ich nicht also den schlechtesten aus diesem Portal den schlechtesten Fünfer habe ich, da hätte ich nur lieber ihn hier, weil ihn finde ich nämlich optisch geil ja, aber wie gesagt, da wird nicht viel passieren, ich glaube auch diese eine Beschwörung hebe ich mir einfach auf und fertig ja, da machen wir nichts also das ist zumindest nicht geplant, dass wir da was machen so ok ja, ich habe die normale PvP in Defensive genommen und schrägstrich Kriegsdefensive jetzt gucken wir einfach mal gegen was wir hier so spielen müssen, warte mal, es ist Bonusbooster, ne, ok Bonusbooster gegen Kargan und Elena, ich brauche Monientfernung er ist genau so 17, warte mal 1704 warte ah, ich bin ein bisschen weiter aber er hat genau die gleiche Kacke wie ich er hat entweder keinen vier Sterne gelben Äther oder keine Pfeile ich tippe mal eher auf keine Pfeile so, also gelb ist eine gute Sache, weil zwei lila da sind blau können wir nicht nehmen würde ich sagen, schwimmen wir mit gelb und lila wir gehen auf Geschwindigkeit gar nicht auf Boni sondern wirklich auf schnellen Kill ähm gut, wenn ich lila mitnehme werde ich Aramis mitnehmen ne, als Supportfarbe das ist denke ich mal gar nicht mal so schlecht nehmen wir ihn ruhig mit als mittleren das, was ich mal mache Aramis pack ich da ich, äh ich spiel mal mit Doppeltopas aber ich weiß nicht da habe ich irgendwie irgendwie Lust zu Geschwindigkeit, ja würde Xnolfot mitnehmen wollen weil ich, ich brauche ja auch ich habe mit Aramis ein bisschen Heilung aber ich brauche auch Xnolfot ich spiel das mal so aber ich habe kein ah, ich habe keinen Boni Entferner, falls Elena auslöst damit muss ich ja damit muss ich ja rechnen warte mal, vielleicht nehmen wir auch eine andere Supportfarbe mit und gar nicht lila in dem Fall vielleicht spielen wir ich brauche halt aber ich brauche einen Heiler und ich brauche einen Dispeller gut, das wäre Vivica aber das passt nicht ähm Heiler und Dispel und man könnte könnte sie mitnehmen und als Dispel wäre dann in dem Fall Bock macht es nur auf 1 ah, das ist schwierig oder wir nehmen halt das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky ich könnte ihn mitnehmen und dann könnte ich auch eigentlich Evelyn mitnehmen aber er hat krassere Werte das heißt ich nehme mir ihn mit ich gucke mir das mal an einfach ich versuche es mal so zwei Heiler ja ja gucken wir mal ich habe da mal Bock zu machen wir mal ein bisschen was anderes zu probieren ok wir haben viel Gelb das ist schön wir haben auch hier Grün machen wir erstmal die Gelben schön in Elena rein so und dann schwimmen wir hier unten Gelb jetzt habe ich eigentlich mit Elena erstmal kein Problem ja alles klar vielleicht habe ich mit Elena doch noch ein Problem jetzt ist das eine Schurken gedöns da ich habe es irgendwie befürchtet dass das passiert da die Combo nachkommt so warte mal wie lange ist denn das noch Einzug Einzug Ich könnte es probieren aber ich habe das Gefühl es wird nicht funktionieren deswegen machen wir das mal so jetzt gehen wir mal hier hinten hin ich hoffe einfach mal dass es jetzt Och komm Musst du mir jetzt Musst du mir das Musst du mir jetzt so kommen wieder Musst das sein Musst du mir jetzt so auf dann Ich hoffe jetzt, geh nicht auf Toxikandra, geh auf irgendjemanden, ach komm schon, ernsthaft, muss das denn jetzt wieder sein, Alter, ausgerechnet auf Toxikandra wieder, natürlich, auf den Heiler, den ich mir aufhebe, ich hab mir Toxikandra extra aufgehoben, damit ich das Gift wegkriege, wenn es auslöst, Arschlochspiel, wirklich, dick, dickes Arschlochspiel wieder. Mann, Mann, Mann. Vika kann reviven, das ist mir aber egal. Soll sie machen, war ja eh klar. War ja eh klar, dass sie das macht. Aber zielgenau wieder den Heiler ausgeschaltet, ich hab ein Heiler dabei, er steht random mitten im Team, noch nicht mal am Rand oder sowas, er wird zielgenau ausgeknipst, ne. Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn. Oh, Ludwig, ja, da, da sind wir schon wieder hier beim richtigen Johnny hier, ne. Na, Prolom, yo. Hier haben wir letztens im Krieg gekämpft. Yo, okay. Wir müssen da natürlich jetzt das Team komplett umstellen. Ähm, Boni-Entfernung bräuchte ich. Ich würde aber tatsächlich auch mit den Pantern ruhig spielen. Würde sogar auch so machen. Aber bei Annabelle wäre natürlich ganz nett, ne. Jetzt geht das wieder los, dass ich einen Boni-Entferner brauche, oder naja, ich kann nicht selber mit Ludwig spielen, das geht nicht. Ich könnte natürlich gucken, dass wir das Aussitzen von Ludwig oder wir spielen mit drei gelben versuchen Ludwig zu killen. Vielleicht nehme Nemesis mit. Aber ich brauche halt dann noch ein Heiler, das ist halt so das Problem. Vivica, Vivica heißt mir irgendwie zu gefährlich als langsamer Heiler. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich so viele Steine kriege. Also wie Lidenbrock, da wäre höchstens Delilah ist Mittel. Hm. Was anders. Ich bin mit Grün. So. Und hier nehmen wir jetzt Aramis und Annabelle mit. So. Versuchen wir es so. Das wäre zumindest der Plan. Wir haben Lila, können den Spott theoretisch wegmachen vorher. Wir haben Boni-Entfernung hier. Ja, und der Rest ist selbst erklärend, ne. Der Rest bumst halt. Mal gucken. Sieben Grüne. Okay. Damit kann ich arbeiten, das ist gut. Wenn ich, komm mal hier, wenn ich die Blauen spiele, dann ist der Grüne hier, dieser Grüne rutscht hier hin. Ich hab hier vier Grüne und muss dann nur noch hier gucken, dass ich, ähm, meine drei kriege. aber wenn man, ah nein, ah. Ich hatte einen Knick in der Optik. Ich hab nicht, ah ja, ich hab nicht gesehen, dass das oben zusammen geht. Das war ein kleiner Schönheitsfehler, den wir aber hoffentlich gleich ausbügeln können. Ich könnte jetzt den Diamanten machen, dann hätte ich Annabelle am Start. aber dann löst er höchstwahrscheinlich aus. Oder? Eigentlich nicht. So. Gut. Machen das weg. Gehen mit Aramis da eine volle Lotte drauf. Okay, perfekt. Wenn wir Glück haben, können, äh, revive sie nicht. Oh, sehr schön. Dann gehen wir hier auf die Seite. Weil Amethyst ist kacke. So, Amethyst kriegen wir mit den Steinen raus. Machen das so und so. Okay, da kommt Grün noch nach. Okay, richtige Entscheidungen getroffen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da haben wir es falsch rum gemacht, weil ich gedacht hab, Elnadaha würde reichen. Aber gut. Falsche Entscheidungen getroffen, äh, richtige Entscheidungen getroffen, aber am Anfang das eine Match da übersehen, die Kombo. Okay. Yo, Malik, Junge. Du mal Sviti Spockoy. Also. Sehr schön. Äh, was nehmen wir denn hier? Kufu. Da bräuchte ich einen Spotter. Campus können wir nicht mitnehmen. Ist gesperrt. Und wir haben den Ritter und wir haben Ludwig. Okay. Muss Ludwig auch Limit Breaken. Problem, ich hab keine Lila Eta mehr. Für den zweifachen Break. Ich hab ja noch nie mal für Aramis fertig. Ah, Junge, 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 alles, alles schwierig. So, hier können wir aber ein bisschen rum experimentieren. Also, was heißt experimentieren? Aber wir haben das Team gesehen. Ich würde gern, naja, ich muss nicht unbedingt mit Aramis jetzt auf Teufel komm raus spielen. würde tatsächlich für den Fall der Fälle mit dem Ritter ruhig spielen. Ah, da sind so viele Rote, da kann ich eigentlich nicht mit Grün reingehen. Obwohl Toxikandra natürlich extrem geil ist, aber das macht halt auch extrem wenig Sinn. ich glaube, Nemesis ist eigentlich eine gute Adresse. ich glaube, ich spiele Ich muss eigentlich mit Spotter spielen. Komm nicht drumrum, Ludwig ist mir zu langsam, also müssen wir den Ritter schon mitnehmen. Dann bräuchte ich einen Heiler. Garnett ist mir zu langsam tatsächlich, also, ja, nee, eigentlich zu wenig Heilung, aber ich nehme sie trotzdem mit. Und jetzt brauchen wir hier noch ein vernünftiges Dreier-Stack. Das killt Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich Sif mitnehmen soll, wegen der Schadensreduzierung, falls Kufu auslöst. Wir machen dieses Turnier mal ein bisschen was anderes. Wir probieren da mal ein paar Sachen aus. So. Der Ritter kriegt den Gegenschlagschutz. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, auch nicht ganz verkehrt. So. Hula, wo? Hätte man natürlich auch Lila machen können. Drei Lila, Spielt's aber so. Ich will Dinge ausprobieren. Okay. Wir haben sechs Gelbe. Das ist schon mal gut. Wir haben Nemesis und Topaz an. Wenn ich hier die gelben spiele, geht das hier in grün, bringt den roten hoch. Dann hätten wir hier ein rotes Match, was gleichzeitig in gelb geht. Oder wir spielen halt dann dieses rote Match. Das können wir uns dann aussuchen. Machen wir das mal. Okay. Schön. Jetzt würde ich tatsächlich die gelben erstmal spielen. Das wird es tatsächlich bei möglichst einem Helden belassen, den wir angreifen, um den halt Step by Step raus zu hauen. Ich haue lieber raus. Dann machen wir das so. Wir haben Garnett an. Das ist schon mal gut. Da haben wir jetzt wo spielen wir denn hin? Spielen wir auf Kulavo? Ich würde tatsächlich noch mal warten und gucken was hier passiert. Vielleicht kommt da Geld nach. Jetzt spiele ich doch in Kulavo. Jetzt spiele ich in alle rein. Ay Karamba. Hallo. Hallo. Ja, hätte ich das mal gewusst, hätte ich Garnett vorher angemacht. Kannst ja nicht ahnen, dass sowas wieder passiert. Und natürlich Topaz rausgeschallert. Sicherlich. Ach, das war wieder, das war albern. Das war grober Unfug. Bin ich ganz ehrlich. Sowas kannst du ja wieder nicht ausdenken. Er haut sich da schon mal raus. Das ist gut. Das heißt, ich mache jetzt hier mal Action. Dann sollen sie alle feuern. und sich alle killen. Jo. War gut. Jetzt haben wir einen Gegenstark, aber keinen Spot. Das heißt, dann kille ich ihn jetzt. Er hat ja nur noch ein Leben. Bei meinem Glück wird Sif rausgehauen. Oder Nemesis, ja. Nemesis war noch gefährlicher für ihn. Hätte er killen können. Jetzt können wir triggern. Jetzt kann sich das süße Häschen da selber killen. Komm hier. Könnt ihr. Könnt ihr. Das geht jetzt auf eins. Oh krass. Oh krass. Auf eins gedroppt, aber 1700 Schaden gekriegt. Alter, was zum Teufel. Das passiert mir so selten, dass das schon echt toll ist. Pudding. Spiel gegen Pudding. Oh, Kleopatra. Eieiei. Oh, Kleopatra. Alarmstufe. Da spielen wir mit Lila. Die Panther. Ja, hier kennen wir keinen Spaß. Hier spielen wir auch mit Toxicandra. Bastet dahin. Der Panther ist der kleinere. Kleinere vom Angriff. Und Support. Kandilen. Jetzt haben wir mal den Luxus auch was anderes theoretisch zu probieren. Aber tatsächlich würde ich dabei bleiben. Dass wir den Dodge mitnehmen. Das tauschen wir einmal. Die tauschen wir auch. So. Okay. Sieben Lilane brauchen wir. Auf geht's. ist okay. Ich die vier mache. Dann ist der Lilane da. Die Bombe setzt sich hier hin. Die bleiben da unten. Das ist doof. wenn ich den roten nach da schiebe. Gehen die drei zusammen und ich habe hier nichts mehr. Wenn ich den spiele habe ich hier ein dreier match. Der rutscht da auch hoch. Ist alles nicht so geil. oder wir machen einfach dieses dreier match hier. Hoffen dass hier grün kommt vielleicht. Dann machen wir das noch. Grün kommt auf der anderen Seite. Okay. Gucken wir mal. Das war schon mal wichtig. Für einen Dodge ankriegen. Und wir machen Toxikandra an. Das kriegen wir nämlich immer ein bisschen Mana zugeschustert. Machen wir hier die. Damit wir dann hier gleich die lilanen haben. Bitte dodgen. Oh ja oh schön. Okay. Sehr gut. So viel dodgen wie möglich. Ja. Oh. Oh. Es funktioniert. Jetzt haben wir zwar Immunität drauf, aber das ist egal. Das wir können killen. Das ist schon mal wichtig. Kleopatra und Dingen sind weg. Das waren die wichtigsten, die weg mussten. Kleopatra und Aramis. Der Rest ist erstmal egal. Jetzt können wir erstmal wieder geschmeidig Ich wollte ein bisschen geschmeidiger, aber so geht es natürlich auch. Okay, perfekt. Okay. Gut gelaufen. Trotz schlechtem Startbord. Mal schon Angriff gekriegt. Bin gespannt. Das ist ja immer noch so Test Gedöns. Garfield. Oh, der hat den Tor. Der Tor Titan Krieger. Schön. Was geht ab? Ah, schön. Schön. Der Herr Kollege. Sehr schön. Sehr sehr schön. Der Herr Kollege. Gut, also hier, Titan Krieger haben einen Platz 2, ne? Jetzt wo wir gerade hier sind und das sehen wir mal Lady Octopus. Die blaue Truppe war ganz, ganz am Anfang, glaube ich. Die kam relativ schnell. Die Mana Truppe. Oh. Den will ich nicht als Gegner haben. Okay, gucken wir mal. Oceanus Tor. Ja, Lila ist eigentlich schon eine ganz nette Sache hier. Blau können wir nicht nehmen. Baldur. 850. Was zum Teufel. Blau können wir nicht nehmen. Wir könnten Rot und Lila nehmen. Ja, kann mal machen. Mit zwei roten Heilern ein. Da ist Thor. Thor macht Blindheit direkt auf alle. Macht er da auch irgendwas bei Lila mehr vielleicht irgendwie zufällig? Aber er macht direkt Blindheit auf alle. Ein Clean wäre natürlich auch nicht schlecht, falls sich Garnett nicht ankriegen sollte. Wäre Toxikandra natürlich wieder ganz geil. Ich will aber gern mal mit Fennexer auch noch ihren Einsatz kriegen, weil die viele Boni macht. Deswegen würde ich da gern mal den Bump sehen, der dann da eintrifft, wenn sie am Start ist. Konju Cache natürlich auch eine nette Sache. Ich liebe meine Toxikandra einfach. Ich will nochmal mit dem Team. So, wir tauschen. Wir unterschätzen gar viel einfach mal nicht und gehen volle Lotte rein. Oceanus macht natürlich dicke hammermäßige Outdoor Tags. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja, gut, also ich denke mal es ist offensichtlich, dass wir hier dieses eine lila Match haben und damit müssen wir glaube ich erstmal gehen. Von daraus schauen wir mal weiter, was da kommt. Gar nichts mehr. Gut, blau in rot, dann sind die beiden grünen da, der lila sitzt hier, ich habe kein zweites lila Match, in grün komme ich auch nicht wirklich heran. Schwierig. Wenn ich den mache, den er vorstehe, dann könnte ich ein rotes Match machen, ja, aber weiß ich nicht, sollte ich nicht viel von das hier natürlich bewegen, ich habe hier, ja, gut, warte mal, ja, die grünen setzen sich da zusammen, ah, wenn ich aber die blauen spiele, dann bleibt der grüne hier, der rutscht aber einen nach oben, da hätten wir ein grünes Match unter Heimdall, könnten wir auch mal machen, ja, okay, das war jetzt ganz viel, was ich nicht gebrauchen kann, wenn ich das jetzt mache, dieses Match, rutschen die zwei nach oben, das heißt, die sind dann, jeweils hier, also gar nichts bringt, bringt mir das eher was, wenn ich den gelben mache, geht zwar in blau, aber das ist jetzt nicht so ganz so schlimm, das war sehr gut, dann muss ich halt jetzt einmal, das muss halt einmal passieren, wenn ich die lilanen spiele, dann löst er aus, dann habe ich aber sechs, der rutscht hoch, ich könnte in Heimdall spielen und hätte dann meine sieben, in dem Fall dann halt mehr, so lange mich die Auto-Attack jetzt hier nicht rausschauen, es kommt nur ein Auto-Attack, er haut natürlich den Heiler raus, geil, ja, das ist natürlich harter Torback gewesen, ne, wir haben den Dodge jetzt, prinzipiell lösen sie sowieso alle aus, den gucken wir mal, ah, Dodge funktioniert nicht, da funktioniert der Dodge, sehr gut, Dealen weg, nicht gut, nein, ich kann Tor nicht killen, scheiße, nein, 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 Dodge, ah, okay, warte, das wird eine knappe Kiste, wobei ich glaube, dass ich das verlieren werde, fuck, das kann ich nicht, das kann ich nicht killen, den Diamanten mache, gehen zwei Steine rein, er löst aus, wenn ich das mache, was er mir vorstellt, ich könnte höchstens den hier machen, hoffen, dass ich kriege kein Dreier-Match unter ihm, ah, karamba, das tue ich, weil das Ding ist, wenn ich den Diamanten mache, ich sehe halt keine Möglichkeit, dass da irgendwie ein Lila-Match kommen kann, ne, weil die gehen weg hier, der geht weg, was, was soll hier passieren, also, gut, klar, da geht einer weg, dann kann hier ein Lila hinsetzen, der geht weg, hier könnte sich ein Lila hinsetzen, dann geht aber nur ein Lila Stein rein, na, das ist das Ding, mach das mal so, ach, ich wollte nicht, dass da ein Blauer kommt, oh, oh, wie knapp, wie knapp, dann kommt auf einmal noch sowas, oh, ich wusste, dass Ozeanus gefährlich wird, ich wusste es, dieser Hoden-Kobolt, ach, 46% Verteidigung, ah, das hätte ich viel mehr Damage gemacht mit meinem Pantern, aber es war halt auch wieder ärgerlich, dass der Heiler wieder der Erste ist, der raus ist, übrigens, starke Truppen, ja, nicht schlecht, aber das natürlich wieder Toxikandra, die Erste ist, die wieder rausfliegt, er ist halt auch wieder typisch, ne, da wird es so machen, da gehen wir mal in 4 Sterne Eta, in Lila, bitte, Noch 300, dann sind wir kurz davor, morgen kriege ich den Wappenrock, das wird was, ich muss bei 2 Helden verbessern, das Level verbessern, oder mal, da habe ich auch noch einen, warte mal, machen wir was anders, aber so, ich kann halt dem, ach, Truppen, ach, ach, du glaubst es nicht, verwende 2 Truppen, ach, äh, verwende 2 Truppen, warte, hier, bitteschön, diese Kartenetaten, Helden aller Eta, ja, das mach ja sowieso, ich spiel ja immer Rainbow, und jetzt 150 drauf, dann sind wir bei 370, morgen machen wir dann den Wappenrock feste, aber dann brauche ich nur noch einen 4 Sterne Lila Eta, gibt's den zufällig hier irgendwo, nicht, ne, da nicht, da nicht, da nicht, was haben wir hier, ach, Käse, ich bin, achso, übrigens, äh, Kingdom, hier, ich bin im Whey, Whey-Protein, ich bin im Whey-Protein-Königreich, meine Aufstellung, falls man mich sucht, gut, okay, alles klar, ich könnte ja mal reinschreiben, wo ihr seid, ob ihr auch im Whey seid, oder in, in einem anderen, und dann, Wartungsarbeiten, ja, alles klar, Event hier, ne, also, Event-Infos, äh, es gibt 25 Dünen-Münzen, umsonst, also, wer da, äh, reingehen will, äh, schnappt euch die, ich hab's mir gerade eben geholt, gut, dann machen wir jetzt hier den ganzen Kram, und dann sehen wir uns im nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ciao, ciao.